Und ein Stopp! Oh mein Gott! Liebe Caro, warum hast du jetzt andere Schuhe anmannen? Ich wollte aber mal moderieren. Mir tun die Füße weh. Ja, so ist das Leben nun mal in einer Partyband. Da lohnen sich selbst 15 Minuten Pause, um kurz in einem Paar Sneakers die Füße zu entspannen. Fast vier Stunden Auftritt hat die Partyband Just for Fun an diesem Nachmittag auf dem Cannstatter Volksfest bereits hinter sich. Die kurze Pause nutze ich für einen Blick in den Backstage-Bereich. Oh, klein aber fein. Oder auch nicht. Da es noch kein Geruchsfernsehen gibt, mache ich es kurz und knapp. Hier gibt's die volle Dröhnung Hähnchengeruch. Kannst du überhaupt noch einen Gockel essen? Ich versuche halt immer wieder abzuwechseln. Seit 2010 spielt die Band aus der Region Stuttgart regelmäßig auf dem Volksfest. Für die sieben Hobbymusiker, wie sie selbst sagen, ein richtig geiles Gefühl. Auch wenn das Zelt nachmittags nicht voll ist. Das gehört eben auch dazu. Weil der Job ist ja wirklich irgendwo da, dass der Funke von der Band aufs Publikum übergeht. Und die sind hier da zum Feiern und da ist jeder gleich viel wert und dann ist es egal, wie viele Leute unten stehen. Ein Prosit geht immer. Das müssen die Bands auf dem Basen übrigens nach ungefähr jedem fünften Song machen. Kurbelt schließlich den Umsatz an. Und was für skurrile Geschichten erlebt man so auf dem Cannstatter Volksfest? Wir haben abends gespielt, waren dann fertig, sind dann nach dem Auftritt zum Parkplatz gelaufen und da war ein Pärchen. Das hatte gnadenlos Sex. Kurz vor Ende ihres sechsstündigen Auftritts ist das Zelt voll. Man merkt, dass es Abend wird. Für die Band Zeit für das Highlight ihres Programms. Wohl klar, dass ich jetzt wissen will, wie Ralf diesen Schleudergang aushält. Das ist die Gewohnheitssache, aber man darf nichts essen vorher und nichts trinken. Am Ende heißt es schnell abbauen, denn die nächste Band steht schon in den Stablöchern, um im Festzelt ordentlich Stimmung zu machen.